Tommy, hör mir zu, er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay, ich brauch den Job. Ich versteh. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines bitte nicht jetzt, ich hab keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Deest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Was ist das? Gute Nacht, meine Kleine. 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 Dad? Dad? Was ist bloß los? Das ist ein Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an, wenn er auf dem Weg. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fahren. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad? Jimi, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimi, warte mal! Jimi, warte mal! Jimi, warte dich! Nein! Jimi, warte mal! Jimi, warte mal! Okay. Geh. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich hab ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da ne Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins, lasst uns ein Waren holen. Die beiden sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Geht kein Papier oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey Sarah. Wie geht's dir hier besser? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar, Laura. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Hier. Es geht super. Hinten noch hat der Sprecher mal da was. Und wo sollen wir hin? Er sagt, äh... Das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis Cowson. Wir sind so schnell wie möglich weg. Die 71. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja, ich glaube nicht. Ja. Das ist so gut. Wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süd dazu zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, ich bin mir. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier? Hat sie mir nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er. Das stimmt. Alles gut. Glaub mir. Okay. Teufel, machst du. Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey. Fahr vorbei, Tommy. Stopp. Stopp. Ich habe mehr gesehen als du. Man anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Was zum Teufel los jetzt. Was zum Teufel los das? Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesagt. Dreh hier. Dreh hier. Wofür rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Verschalten. Fahr. Fahr. Hey. anna. Ready? Hey. Hey. Zurück, Lannis. Zurück. Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die an. Mein Bein tut weh. Oh, Frau, daus. Du bist hier, Sven. Hey, komm. Halt dich fest. Okay. Mach die Augen zu, Kleines. Schlapp weiter. Ich bin nicht hinsehnt, Sarah. Oh, mein Gott. Schau dir einfach nur mich an, Kleines. Ich bin nicht hinsehnt, aber ich brauche ihn. Oh, mein Gott. Wir sind zu weit. Wir sind zu weit. Zurück, es sind zu viele. Hier lang. Wo ist die Gasse? Los! Verflucht. Ist tot. Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Wir kommen jetzt in den Zaun. Lauf weiter. Wacht, dass ihr wegkommt. Komm schon. Jo. Bewegung. Los zum Highway. Los. Du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Okay, Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Ah. Wir sind fast da. Ich komme wieder. Dad? Ja. 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 Ist okay, Kleiner. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Sonst da stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, das ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte nicht. Oh, nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wahr. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah. Bitte! Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Kleines, du möchtest du mir das nicht, dann... Bitte, du möchtest du mir das nicht... Hör... Oh Gott! Dein... Oh Gott! Bitte nicht. Bitte nicht. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgehoben. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Karaktere zählen. Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von sechs angeblichen Fireflies. Du kannst nur mit uns aufsteigen. Wenn du in der dunklen Führung bist, such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies.